Herzlich willkommen zu unserer fünfteiligen Reihe Auf die Plätze Fertig Fit. Wir haben Ihnen versprochen, das Sport- und Gesundheitszentrum ganz bequem vom Sofa aus kennenzulernen. In der heutigen Folge tauchen wir tiefer in den Körper ein und geben Ihnen einen Einblick in das Stoffwechselprogramm, welches seit über zweieinhalb Jahren erfolgreich in das Training im MUM integriert wird. Der Ansatz des Konzeptes ist ganzheitlich und dient der Entschlackung, Entgiftung und Reinigung des Körpers, insbesondere der Leber, dem Aufbau der Darmflora, der Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Regeneration, der natürlichen Balancierung des Hormonhaushaltes, der Stärkung des Immunsystems sowie der Optimierung des Stoffwechsels, wodurch auch Gewicht reduziert wird. Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung im Kopf. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Hauptaufgabe unserer Darmflora ist es, die guten Sachen und die schlechten Sachen, die wir tagtäglich zu uns nehmen, zu sortieren. Gute Sachen in unserer gesunden Ernährung, die guten Vitamine, die guten Mineralien, die unser Körper braucht. Schlechte Sachen, die ganzen Ablagerungen und Abfälle, die in den Lebensmitteln teilweise drin sind, unsere Verschmutzung draußen in der Luft, landet alles in der Darmflora. Die schlechten Sachen werden ausgeschieden, das was unser Körper nicht braucht und die guten Sachen werden über unsere Blutbahn auf Zellebene transportiert. Somit hat die Zelle die Möglichkeit Energie zu erzeugen und wir können unseren Körper belasten und unser Körper hat den ganzen Tag Energie. Leider ist es so, dass im Laufe der Zeit sich die Darmflora negativ verändert, weil man dafür gesorgt hat, zu viel von den negativen Punkten gegessen hat, weil man unregelmäßig gegessen hat, weil man zu viel gegessen hat, dadurch Übergewicht aufgebaut hat. Medikamente sind ein Thema, was unsere Darmflora negativ beeinflusst und auch beispielsweise die Ablagerungen draußen in der Luft. Durch die Veränderung werden gute Sachen ausgeschieden und die schlechten Sachen, die der Körper nicht braucht, landen auf Zellebene. Die ersten Befindlichkeiten stellen sich ein. Es kommt zu Müdigkeit, man fühlt sich energielos, man fühlt sich abgeschlagen. Dieses typische, ich fühle mich gestresst, nachts schlechte Regeneration, viele, die nachts dann auch nicht mehr gut schlafen können. Verspannungen in der Muskulatur sind nur einige Beispiele. Über einen längeren Zeitraum ignoriert, kommen dann Jahre später die Erkrankungen dazu. Ziel unserer Stoffwechselkur und unseres Programms ist es, die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Dass sie wieder ordentlich funktioniert, dass sie wieder in der Lage ist, die guten und die schlechten Sachen voneinander zu trennen. Durch dieses Stoffwechselprogramm und durch diese Umstellung werden auch die Ablagerungen, die jetzt bereits schon in der Zelle vorhanden sind, ebenfalls mit ausgeschieden. Man fühlt sich fitter, man ist leistungsfähiger, man regeneriert besser in der Nacht. Positiver Nebeneffekt ist eine Gewichtsreduktion und man ist auch insgesamt wieder leistungsfähiger. Auslaggebend dazu ist eine ausgewogene Ernährung, die man natürlich auch nach dem Programm weiter durchführen sollte und natürlich auch ausreichend Bewegung und Regeneration. Das Stoffwechselprogramm ist für fast alle Menschen geeignet und verzichtet bewusst auf Shakes, Riegel, Hormone und Kalorienzählen. Auch eine vegane Ernährung oder Lebensmittelunverträglichkeiten sind mit der Stoffwechselkur gut vereinbar. Zur Umsetzung gehören leckere, natürliche und frische Lebensmittel. Durch eine langfristige Verbesserung der Gewohnheiten wirkt das Rezept nachhaltig. Dank eines Menüplans und einer großen Auswahl an Rezepten ist die Umsetzung einfach, alltagstauglich und leicht verständlich. Die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen ist sichergestellt, sodass kein Hungergefühl entsteht. Durch die intensive Betreuung der Mitarbeiter des Sport- und Gesundheitszentrums Freiberg ist die qualitative Umsetzung des Konzeptes gewährleistet und die Anwender können jederzeit mit ihren Fragen auf das Trainerteam zukommen. Einmal im Monat findet außerdem ein freiwilliges Treffen statt, wo Erfahrungen und weitere Informationen rund um gesunde Ernährung ausgetauscht und auch aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen berücksichtigt werden. Das Konzept ist daher nicht nur auf die kurzfristige Gewichtsabnahme ausgelegt, sondern möchte dauerhaft den Stoffwechsel auf einem hohen Niveau halten. Ziel ist es außerdem, alltagstauglich zu erlernen, welche Nahrungsmittel in welcher Menge empfehlenswert für den Körper sind, ganz nach dem Prinzip von Hippokrates. Deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin soll deine Nahrung sein. Dabei soll der Genuss dank leckerer Rezepte nicht zu kurz kommen. Nach der 28-tägigen Aktivierungsphase muss auch bei Partys, Geburtstags- und Familienfesten auf nichts verzichtet werden. Das Stoffwechselkonzept soll Spaß machen und Erfolg bringen. Beim Erreichen Ihrer individuellen Ziele unterstützt das MUM-Team Sie gern. Besonders aktuell ziehen uns Schnee und Frost in die wohlige Wärme. Begleiten Sie uns nächste Woche auf eine Sinnesreise durch die Saunalandschaft im Sport- und Gesundheitszentrum MUM. Herzliche Grüße, Ihr MUM-Team. Musik